Musik Willkommen, Sie hören die internationalen Dienste von Radio IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty. Heute ist Sonntag, der 7. Dezember 2008. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Psalm 139, Vers 16. In Gott leben, weben, dann sind wir. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28. Das war die Tageslosung für Sonntag, den 7. Dezember 2008. Sie hören die internationalen Dienste von Radio IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, England, United Kingdom. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag und eine gute und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und angenehme Woche.